Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Es ist Spargelzeit und deswegen gibt es bei uns heute Spargelröllchen aus weißem Spargel. Eine super Sache. Ja, weißer Spargel aus Deutschland ist ja einer der besten Spargel der Welt überhaupt. Deswegen freue ich mich auch jedes Jahr wie Sau auf die Spargelzeit. Bei uns gibt es grünen Spargel, weißen Spargel, blauen Spargel. Alles in Fußreichweite, frisch vom Spargelhof. Da lohnt es sich natürlich auch mit Spargel frisch zu kochen. Ich zeige euch heute mal, wie man weißen Spargel in Röllchen anbrät. Das heißt, wir werden den weißen Spargel vorkochen, bis er al dente ist. Dann ein paar schöne Röllchen draus machen mit Speck und Käse. Dazu eine Sauce Hollandaise. Das Ganze in der Pfanne anbraten. Das wird richtig lecker. Schauen wir uns mal an. Zuerst der Blick auf die Zutaten. Frischer, weißer Spargel. Ich habe mir schon am Spargelhof, man hört das Quietschen, wenn man aneinander reibt, obwohl der schon geschält ist. Ich habe den mir schälen lassen. Den werden wir jetzt gleich ein paar Minuten vorkochen und dann weiterverarbeiten. Speck, Käse. Ihr könnt natürlich auch nussigeren Käse nehmen. Emmentaler passt gut, Leerdammer oder statt Speck so ein Landschinken. Aber irgendetwas, was sich gut zusammenzieht in der Pfanne auf jeden Fall. Und dazu entweder frisch eine Hollandaise machen. Ich habe heute jetzt nicht so viel Zeit. Ich nehme einfach mal die Fertighollandaise. Also wir haben ja unseren Topf. Darin werden wir den Spargel kochen. 12 bis 20 Minuten, je nach Dicke. Ein bisschen Zucker und ein bisschen Salz dabei geben. Wir haben die Pfanne. Da wird dann der verarbeitete Spargelbrötchen drin gebraten. Und ein kleiner Topf für die Hollandaise. Gut, wie ihr seht, habe ich die Zeit genutzt und hier Speck ausgerollt. Käsescheiben draufgelegt. Hier kommt im Prinzip gleich der weiße Spargel drauf, der bissfest vorgekocht ist. Dann mache ich Rollen draus und brate die Rollen in der Pfanne an. Das dann mit der Hollandaise wird richtig lecker. Gut, ich habe jetzt hier die vorgekochten Spargel schon mal so ein bisschen reingelegt. Die dampfen noch. Hier schön am Speck anfassen. Ein bisschen rund schieben. Dass das auf jeden Fall hier so eine Rolle wird. So. Wunderbar. Seht ihr, so kriegt er tolle Spargelrötchen. Zack. Wunderbar. Die kommen jetzt gleich in die Pfanne. So, wenn ihr mal schaut, hier sind die Speckrötchen drin, mit dem Spargel. Der Speck zieht sich in der Hitze langsam zusammen und macht dadurch kompakte Rötchen und stiegt den Käse mit ein. Super leckere Sache. Im Prinzip müsst ihr nur warten, dass der Speck leicht angebräumt ist. Zwei Minuten jede Seite, dann sind die Dinger fertig. Denn der Spargel war ja schon vorgekocht. Gut, die Spargelrötchen sind fertig. Die gebe ich jetzt raus auf den Teller und dann wird angerichtet mit einer schönen Sauce Hollandaise. Ja, und hier sehen wir angerichtet das Endprodukt. Weißer deutscher Spargel in Käse und Speck gerollt. Bissfest zusammen mit Sauce Hollandaise. Super einfach, super lecker. Gut, Ziel war es heute gewesen, was ganz Einfaches aus weißem deutschen Spargel zu machen. Ich denke, das haben wir hingekriegt. Einfach ein bisschen Käse, ein bisschen Speck eingerollt, zack in die Pfanne. Und schon kann man es wie gewohnt mit einer Hollandaise essen. Dazu kann man super noch andere Beilagen nehmen, Sättigungsbeilagen wie Pommes oder so. Das klappt wunderbar, ein leckerer Fisch, ein schöner Lachs. Da habt ihr ganz viele Möglichkeiten. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf meinen großen Teller in Speck eingerollten weißen Spargel. Ja, und das war es dann auch wieder von Bernd aus seiner Kochecke. Diesmal mit weißen Spargelröllchen. Und ich denke, die Spargelzeit wird uns noch mehr Spargelrezepte in den nächsten Wochen bringen. Ich freue mich drauf.